Dieses Video dient nur zur Unterhaltung und weil es bei unserer Klasse so gut angekommen ist, der erste Teil, kommt jetzt in den zweiten Teil. Ihr seid gehypt, ich bin gehypt und let's go. Ey, du, ich hab dir jetzt etwas zu sagen. Also, denkst du, ich hab kein Leben? Ja, das war's. Oh, okay, wo ist mein Käse? Komm, gib mir den Käse. Oh, das ist genug Käse. Damit bin ich zufrieden. Danke, alles vergessen. Okay, verpiss dich dann. Weg mit dir. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Okay, mhm, ist halt gut, Junge. Das ist Adria und wir werden ihn gleich springen sehen. Sind Sie bereit? Sehr interessante Flüge habt ihr. Er wird gleiten. Und das wird Schapaum. Ich bin gut. Ja, hier dreht es lang. Ich werde euch allen die Welt zeigen. Ja, das wird ein perfekter Sprung. Er wird fliegen. Haben Sie, Willi, wird fliegen. Er wird der gleitende Gleiter. Ich bezweifle ihre Idee, dass sie klappen wird, aber sie ist scheiße. Oh, ciao. Den hab ich so gehofft, oder? Ich bin toll. Ey, Junge, was willst du? Eins gegen eins? Ich klappe dich easy. Ja, hast du verstanden? Ja, ich habe nichts verstanden, von dem du gerade eben gesagt hast. Also sei es, das ist das eigentlich. Das sind tote Tauben. Hast du gehört, das sind heistige Tauben? Ich wechsle immer das Thema. Hast du verstanden? Ja, so ist gut. Also, wir werden jetzt Adria töten. Oh mein Gott. Hansa Willi, sorry. Und jetzt? Boah, Digga, mein Kollege kann einfach Backflip. Mach. Boah, Digga, das war zu krass. Ja, das war krass, aber ich bin cool. Gut, hast du das Foto? Oh, Junge, er ist so sexy. Er steckt Bub. Oh, da ist der. Er greift den Gorilla. Na ja. Zurückbleiben. Ich beschütze das Haus. Komm mit. Ja, wir sind solche Gangster. Okay. Ich empfehle dir Marihuana von der TKT. Es war noch Soft Park. Die ist nämlich Berber. Also, wie war es doch jetzt nochmal mit der Hausnummer von einer schönen Lady? Hm. Also, war das jetzt gut oder nicht? Also, meine Taube holt dir jetzt eine Blume. Dann musst du sie heiraten. Verstehst du? Das ist doch voll witzig, oder? Hey, was soll das? Hey, hey, chillt. Ihr könnt nicht beide haben, wenn ihr wollt. Also, das war es jetzt mit dem Gespräch. Gut, jetzt sind wir eben los. Juan, komm, jetzt habe ich meine Tasche dabei. Ich habe das Messer. Interessant. Hast du noch mehr solche Sachen dabei? Ja, aber das Beste ist, wir sind Freunde, oder? Ich meine, es ist doch so, oder? Ich meine, ich sage ganz oft oder. Ich bin oder, 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 oder? Hm.